Also, ich spreche jetzt einfach mal Rott. Und zwar, wir sind auf Seite 210, muss man sich mal vorstellen, 210. Komisch, Farin, dass du den Rott sprichst, ja? Mein Kinderzimmer sah aus wie das vieler Kinder, die Musik interessiert sind. Es war komplett mit Postern zugeklebt. Anfänglich mit Beatles-Postern, die dann später zu Kiss-Postern wurden, wie das Nittim macht, so Make-Up-Ruf im Mahlzüch. Der Rott ist echt ein crazy Motherfucker. Die waren vier, Kiss waren vier. Selbst in den kleinen Ecken, wo Postern nicht passten, war alles voll mit kleinen Schnipseln. Er sagt Schneipseln. In der Mittelstufe bekam ich dann endlich einen guten Musiklehrer, der mir auch erlaubte, meine Musik zu spielen. Aua. Und der mir einen wesentlichen Kick gab, mich auch mal mit Fugenanalyse und Filmmusik zu beschäftigen und das hat Spaß gemacht. Fugenanalyse, da haben wir das auch gelernt, ja. Fugenanalyse. Beim Bau. Feuer. Sag mal. Wo ist denn die Geschichte, wo Bela nackt vor dem Fahrstuhl ist? Wieso eigentlich immer Geschichten über mich? Bela hat einen ganz einfachen Grund. Über mich gibt es nur so Geschichten. Und dann ging Fahri ins Hotel und schlief. Und dann ging Fahri ins Hotel und schlief. Während Bela eine Rechnung von 7.430 Mark an der Bar zusammentrank. Plus 20 Mark Pay-TV. Alleine. Die Stunde. Ja, deswegen gibt es in diesem Buch hauptsächlich Anekdoten über Bela. Ich bringe demnächst noch ein sehr dünnes Buch raus. Fahr in Urlaub. Meine Solo-Eskapaden. Genau. Heute habe ich Marmeladenbrot zum Frühstuhl gegessen. Du meinst die vier lose, zusammengeklippten, fotografierten Wetter. Und Achtung. Jetzt hier Geschichte. Ihr könnt dabei sein. Wow. Die wunderbare Welt des Fahrrägen-Urlaub. Crazy guy. Crazy guy. Demnächst kommt dann auch noch das einseitige Daumenkino. Fahrrägen-Urlaub auf der Bühne. Wie meinst du denn das jetzt? Hä? Nur so. Markus. Keine Ahnung. Demnächst kommt auch der Film. Markus Kark. Ein Mensch in der Gosse. Da bin ich doch schon längst. Mit Stiefeln im Gesicht. Moment, nee. Mit teuren Schuhen im Gesicht. Ich im Gesäß, im Gesicht. Bela und Farin erinnern sich, dass sie mit Gründung der Ärzte schlagartig das Interesse für Hardcore-Punk verloren hatten und stattdessen ganz neue musikalische Horizonte erschlossen, wie zum Beispiel den Pop der 50er Jahre oder die hintergründigen Reime der Comedian-Harmonists, deren Einfluss auf die Ärzte bis heute anhält. Ein Schleimer. Wer lacht denn da? Sag mal. Mein kleiner grüner Kaktus-Teenager, liebe völlig dicht dran. Mit dem Kinospot war nun zum ersten Mal der breiten Masse mitgeteilt worden, dass es die Ärzte wieder gab. Wie Elke war auch im Publikum? Die breite Masse? Wie Elke. Wie Elke. Wie Elke. Wie Elke.